Als nächster Redner, Karl-George Wählmann, für die CDU-CSU-Fraktion sitzt er im Auswärtigen Ausschuss. Herr Präsident, meine Damen und Herren, viele Merkwürdigkeiten. In der sensibelsten Sicherheitszone schlechthin, Augen, denen sonst überhaupt nichts entgeht, hängen Sie da mal ein Plakat auf, das ist binnen Sekunden wieder weg. Exakt zum Tatzeitpunkt sind 15 Überwachungskameras ausgeschaltet, weil sie angeblich gewartet sind. Wie idiotisch ist denn dieses Märchen, meine Damen und Herren, in der sensibelsten Zone ein Sicherheitschef, der dieses verantworten würde, wäre nicht einen Tag länger im Amt, wenn er so etwas macht.